Hallo, heute möchte ich euch etwas über das Wort Kaum erzählen. Dieses Adverb ist sehr nah an Nicht in der Bedeutung, heißt aber noch nicht ein eindeutiges Nein. Das Wort Kaum bedeutet fast gar nicht, nur mit Mühe, vermutlich nicht und gerade. Sehen wir uns die Bedeutungsschattierungen von Kaum an konkreten Beispielen an. Bedeutung fast gar nicht. Jetzt ist Frühling und Barbara ist verliebt. Sie hat heute eine Verabredung. In der Nacht hat sie kaum geschlafen. Bedeutung? Nur mit Mühe, unter Anstrengungen. Ein junger Mann schenkt dir einen schönen Blumenstrauß. Sie kann vor Glück kaum atmen. Bedeutung? Vermutlich nicht, wohl nicht. Aber Barbara wird jetzt kaum noch mit ihm spazieren gehen. Sie ist allergisch gegen Blumen. Bedeutung? Gerade, erst, in dem Augenblick, als. Sie war kaum gekommen, da musste sie schon wieder nach Hause gehen, um ihre Allergiepille zu nehmen. Ich freue mich an. Das ist, was ich mit dem Augenblick. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich an. 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 Vielen Dank.